24, ein Dreizylinder, wassergekühlter Habermann-Motor, damals wurden diese Motoren im Baukassenprinzip gebaut, das heißt, es gab ein R16 und R19, oder auch zwei R17, das waren zwei Zylinder, hier ein Dreizylinder, im Prinzip das gleiche drei Zylinder mehr, und nun wurden die Kassenfarbe bis zu vier Zylinder gebaut, möglichst, und das S4 wiederum, drei Zylinder, das heißt, drei Zylinder, das ist ja auch die F-Sation, nicht Spornausführung, aber nichtsdestotrotz hat er drei Zylinder mehr, der hat also 27 Zylinder, und schon mal eine Probleme. So, nun kommen wir wieder zu einer Dame, machen wir wieder in die Karückis auf einem Hannomack Gernich 500. Jürgen sagte mir gerade, der ist ganz neu restauriert, da müssen wir euch den ja mal ein bisschen betrachten. Hübsche Dame auf dem Sitz, hübscher Schlemmer dazu. Start Nummer 7. Komm mal mit uns, weil die Koppel noch zu heil ist. Ist auch nicht schlecht, ne? Da gibt's nicht viele von. Der sagt, er möchte richtig kriegige Löcher haben hier. Holger, Holger, du, mit dir gibt's alles zu denken, wie das aussieht. Oh, da ist doch ein bisschen dick, das ist. Ey, ich röjte, ich röjte, ich röjte, ich röjte. Guck mal, wie wenig du röjt. Ey, ich röjte, ich röjte. Guck mal, da hängst. Guck mal, wie wenig du röjt. Ja, ja. Guck mal, das geht noch ein. Ein, kippt. Guck mal, das kölne, kölne, kölne. Du, ja, anstimmt gar nicht. Hey, ich röjte. Guck mal, du, kölne, kölne. Ja, ich röjte, egal. Scheiße. Wo, wo, nicht? Ey, wo ist die Hand? Wo ist die Hand, Pipe? Wo ist die Hand? Weiß ich noch nicht. David, da wohnst du. Ich röjte. Ey, warum jetzt schon? Oh, Mann, ja, oh, ich röjte mal, in der Dabit. Ich seh die Handfeinde noch nicht. Ich röjte auch. Da hinten ist sie irgendwo. Ja, da hinten. Da hat nicht der Faust. Ja, ist der erste. Ja, gut. so klein ist das von oben da steht da noch ein Zelt am See da steht da noch ein Zelt am See da hinten sind so ein Kleinkinder fahren mit einer Monkey wo denn? da nachmittags ich bin da wie du guck wie langsam ich bin ich bin von 18 ey wo ist jetzt? ey was ging das? ich hab mir gesagt ist wirklich noch ein Zelt frei ja ich weiß jetzt an wo ist das ich weiß an dem Baumkleder oh mein Gott oh mein Gott haha ah 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 Für die beiden Bulldogs müssen leider nochmal Für die beiden Bulldogs Vielen Dank.